Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klärmbausteinbaus. Wir haben uns ja letztens die KC110 von KiddyCraft angeschaut, den großen Schlepper mit Anhänger, als erstes Set, was wir hier auf dem Kanal von KiddyCraft zusammen besprochen haben. Und ich hatte sowohl an dem Video als auch an dem Set sehr sehr viel Spaß, auch wenn es natürlich nicht perfekt war, aber für ein Set aus einer ersten Welle eines Herstellers schon richtig, richtig gut. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch noch ein paar weitere KiddyCraft Sets an. Und getreu dem Hauptthema dieses Kanals schauen wir uns mal wieder die kleineren Sets an, und zwar die in den Polybags. Heute habe ich für euch die KC1101, den Hasenstall, die KC1102, die Hühner auf dem Misthaufen und die KC1103. Das sind die Pferde auf dem Reitplatz. Die haben alle um die 80 Teile, hier 89 Teile beim Hasenstall, beim Misthaufen 83 und bei den Pferden haben wir glatt 80 Teile. Das Design gefällt mir wie auch schon beim großen Schlepper richtig gut von den Verpackungen. Und wer die Erklärbär-Videos von Thorsten gesehen hat, hat ja auch gesehen, dass er diese Polybags bzw. die Drucke darauf noch einmal reklamiert hat, weil man da durchschauen konnte. Und ich muss sagen, das hat sich sehr gelohnt, das nochmal zu reklamieren, denn auch die Qualität vom Polybag und die Druckqualität gefällt mir richtig, richtig gut. Das macht einen hochwertigen und stabilen Eindruck. Die Rückseiten und die Vorderseiten sind ziemlich ähnlich gestaltet. Und sehr viel mehr Informationen findet man jetzt auf den Packungen gar nicht. Dementsprechend mache ich das Ganze mal auf. Und wir schauen uns an, was einen für 7 Euro pro Polybag hier erwartet. Und hier seht ihr auch schon die Steinetüten und die Anleitungen jeweils aufgereiht, sortiert zu den Sets. Und für die Steinemenge sieht das jeweils pro Set für 7 Euro eigentlich echt schon ganz ordentlich aus. Über die Qualität reden wir wie immer dann während des Baus. Und vor allen Dingen können wir das als Einzelsets betrachten und uns auch nochmal überlegen, wie das Ganze sich dann in die großen Sets einfügt. Denn dafür ist es ja auch gerade gedacht, um eben zum Beispiel den Stall mit Tieren auszustatten und die Spielwelt noch einmal zu erweitern. Das sind ja wie kleine Tier-Battle-Packs, wenn man so möchte. Die Anleitungen sind alle im selben Format. Es handelt sich um Auffaltanleitungen. Wie immer, Klammer gebunden, wäre mir an sich lieber in dem Preissegment und der Setgröße ist aber auch eine Auffaltanleitung völlig okay. Ich muss aber zugeben, dass ich die Abbildungen relativ klein finde. Und das ist dann auch der erste Moment, wo mich der Hintergrund bei den Kiddycraft-Anleitungen etwas stört, wenn die Abbildungen etwas kleiner sind. Es wird sich danach trotzdem gut bauen lassen, davon gehe ich sehr aus. Aber ich fand ja bei den anderen Anleitungen den Hintergrund gar nicht störend. Hier schon ein wenig. Und wir haben immer bei den Anleitungen unten eine Teileliste. Hier die Teileliste zum Hasenstall. Dann natürlich die Teileliste zum Misthaufen. Ich werde euch jetzt nicht überall die gesamte Anleitung zeigen, denn die sind sehr ähnlich aufgebaut. Und zu guter Letzt natürlich noch die Anleitung zu den Pferden. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, das Ganze zu bauen und bin gespannt, ob auch die kleinsten Kiddycraft-Sets hier gut performen. Und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen. Und wir werden uns dann gleich wieder sehen, wenn alle drei Sets fertig sind. Außer es gibt zwischendrin noch etwas super Wichtiges zu berichten. Und damit sehen wir uns doch auch schon mit den drei fertigen Sets wieder. Bevor wir jetzt aber zu den einzelnen Sets kommen, noch ein paar Aussagen, die einfach auf alle Sets zutreffen. So zum Beispiel die Steinequalität. Ich hatte ja bei dem großen Schlepper mit Anhänger ein Teil, was merkwürdig verkohlt war. Oder wo zumindest noch eine falsche Teilefarbe mit drin war. In dem Fall schwarz. So etwas hatte ich bei diesen Steinen hier gar nicht dabei. Ebenfalls fand ich die Qualität hier vom Verbauen auch etwas besser als bei dem großen Anhänger mit Schlepper. Das mag aber an der Steine- und Setgröße liegen. Denn es ist ja trotzdem derselbe Zulieferer. Aber hier hat sich das Ganze echt besser angefühlt. Besonders gut gefallen mir hier wieder die kleinen Angusspunkte bei den Steinen aussehensmäßig. Und auch die paar Fliesen, die hier dabei sind, sind noch gut glänzend und nicht stark verkratzt. Auch große Farbabweichungen sind mir in diesem Fall nicht aufgefallen. Dementsprechend das Aussehen, das Baugefühl und die Klemmkraft sind bei diesen Sets wirklich gut. Da kann man überhaupt nicht meckern. Und dann haben wir eben einmal zum Beispiel den Hasenstall mit dem Baum dazu. Was mir beim Hasenstall sehr gut gefällt, ist der Hundi und die drei super süßen Hasen, die dabei sind. Sonst ist der Hasenstall und der Zaun hier ganz einfach konstruiert. Das bekommt wirklich jedes Kind hin. Und es sieht am Ende wirklich für die wenigen Teile sehr, sehr gut aus. Obwohl ich auch sagen muss, dass es mir bei allen drei Sets aufgefallen, mir waren die Abbildungen in der Anleitung hier zu klein. Ich bin wahrlich keiner, der mit schlechten Augen zu kämpfen hat. Und natürlich war es trotzdem baubar. Aber die Anleitungen könnten irgendwie noch ein wenig größer oder wenn sie so klein sind, auch wenn mir der Hintergrund bei der großen Anleitung gut gefallen hat, in diesem Fall leider den Hintergrund weglassen, damit es alles nochmal ein wenig eindeutiger wirkt. Für mich nochmal ein kleines persönliches Highlight in dem Set war dann der kleine Vogel, der auf diesem Apfelbaum sitzt, der es einfach konstruiert, sieht aber auch gut aus. Und wir haben hier viele schöne kleine Äpfelchen dranhängen und eine Schildkröte, die vielleicht nicht unbedingt auf den Baum gehört, sondern eher zum Hasenstall. Bei der habe ich mich eh gefragt, warum sie in diesem Set drin ist. Aber sei es drum, eine kleine süße Schildkröte dabei zu haben, schadet ja keinem. Und ich meine, bei Glemmbaustein ist alles möglich, also warum haben wir keine Schildkröte auf dem Baum neben dem süßen Vogel? Als nächstes geht es dann weiter mit dem Hühnerstall. Als erstes bauen wir hier eine wirklich kleine, aufs Minimalste gehaltene Schubkarre, auf der wir auch schon ein wenig Mist transportieren. Die finde ich ganz in Ordnung, weltbewegend ist das natürlich nicht vom Design, aber das soll ja auch keines der Sets unbedingt sein. Denn mit der Schubkarre kann man natürlich sehr gut den Misthaufen mit den Hühnern bespielen, deshalb ist es auch gut, dass sie dabei ist, auch wenn sie vielleicht nicht die detaillierteste Schubkarre ist. Und der Misthaufen ist auch wieder klein, aber meiner Meinung nach fein konstruiert. Er sieht gut aus, wir haben eine Mistgabel dabei und bei diesen Sets ganz klar das Highlight sind eben die Tiere. Und deshalb haben wir auch drei süße Hühner in weiß dabei und zwei in braun. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch die Pferde mit ihren Springstangen. Wir haben ein Pferd in weiß und eines in braun. Die können wir jeweils entweder mit diesen zwei Steinen zubauen, damit sie ohne Sattel dastehen. Und wir haben aber auch für beide Pferde natürlich Sattel dabei, wenn man diese Pferde bereiten möchte. Dann haben wir natürlich die Springstangen dabei. Einmal so ein größeres Hindernis, bei dem man auch scheitern kann und im Bespielen dann die Stangen fallen lässt, indem man das hier einfach wegzieht. Eine simple, aber sehr zielführende Konstruktion. Dann haben wir noch so ein kleines Hindernis. Und wir haben wieder den Zaun mit einem kleinen Vögelchen. Ihr wisst, ich mag das sehr. Der Zaun ist für mich aber die Schwachstelle des Sets, denn der ist mit den ganzen Laternensteinen nicht unbedingt super fest gebaut. Wir haben hier in dem Fall auch Farbabweichungen in den Teilen, wenn sie auch beabsichtigt sein mögen. Ich gehe zumindest davon aus, hätte es mir einfarbig besser gefallen. Und ich fand auch den Bau und die Darstellung des Zauns in der Anleitung am wenigsten gelungen. Es war nicht super schlecht, man hat es hinbekommen. Aber ich glaube gerade für Kinder, die ja die Zielgruppe dieses Sets sind, könnte das alleine zu schwierig werden. Natürlich wie immer können und sollten dort die Eltern natürlich am Spiel teilhaben und dort mithelfen, wenn es alleine nicht funktioniert. Aber alles in allem hat mir die Konstruktion wieder sehr, sehr gut gefallen. Also da wieder auch Daumen hoch, wirklich sehr, sehr schöne Konstruktionen. Und mit wenigen Steinen wurden hier kleine, süße Spielsets erschaffen. Und das ist auch schon ein Teil des Fazits, denn als Einzelsets gefallen sie mir auch schon sehr gut, obwohl es dann natürlich cool wäre, wenn man auch noch die ein oder andere Figur dabei hätte. Die kann man sich ja aber durch die Kiddiesfigurenpacks auch gut dazu holen oder nimmt eben Figuren, die man zu Hause hat, um das Ganze zu bespielen. Die Sets sind so eine Art Tier-Battle-Pack mit kleinen Sachen dazu. Man hat hier die süßen Tiere, die einem wirklich Freude bereiten und man hat bei jedem Set noch ein wenig Bauspaß dazu. Am meisten Bauspaß hatte ich tatsächlich beim Hasenstall und dem Baum. Der Misthaufen mit den Hühnern war auch sehr gut und die Pferde allein durch den Zaun hatten mir am wenigsten Spaß gemacht. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Auch das ist ein schönes Set. Gerade weil Pferde natürlich immer gut ankommen. Also als Einzelsets finde ich die schon mal sehr gut und dann ist es glaube ich auch verständlich, dass ich die als Ergänzungssets zu den großen Sets auch sehr schön finde, um die Tiere für diese anderen Sets zu nutzen und dann eben auch noch diese kleinen Spielszenen dabei zu haben. Das finde ich toll und ich finde es toll, dass hier auch nicht an Tieren gegeizt wurde, dass man irgendwie bei den Hühnern mit Misthaufen dann zwei Hühner gehabt hätte oder hier ein Hase und ein Hund. Das hätten viele andere Hersteller in diese Richtung gemacht. Und ich finde es schön, dass Thorsten eben bei seiner Marke die Zielgruppe im Auge behalten hat und hier auf den Spielwert geachtet hat. Und den bringen diese Sets auf jeden Fall mit. Und deshalb finde ich, dass so ein Set für sieben Euro durchaus ein guter Deal ist. Auch wenn es von der reinen Teileanzahl jetzt nicht gerade wie ein Superschnäppchen wirkt, muss man ja auch sehen, was bekommt man neben den reinen Teilen. Und da haben diese Sets ihre Stärke und deshalb gibt es für mich auch für diese Polybags auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich hatte sehr viel Spaß mit den Sets und freue mich, dass wir mit KittyCraft mal wieder eine Marke haben, die auch bei den kleinsten Sets sehr gut punktet. Wenn ihr natürlich diese Sets selber besitzt, dann schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ihr könnt natürlich auch gerne das Video zum großen Abschleimmer mit Anhänger anschauen, denn dort haben wir auch gesehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es gibt auch bei KittyCraft durchaus noch ein paar Stellen, wo es Verbesserungspotenzial gibt, was nichts daran ändert, dass ich auch mit diesem Set Spaß hatte. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen Wunderschönen Tag.